Elisa Fernandes Leite war eine brasilianische TV- und Theaterschauspielerin sowie eine bekannte Werbeikone. Leben Fernandes trat hauptsächlich in Fernsehserien und Telenovelas auf, begann aber ihre Karriere beim Film. 1970 spielte sie ihre erste Rolle im brasilianischen Kino-Hits M.I.U.P. de la Ranja Lima. Im selben Jahr folgte der preisgekrönte Film EM Familia in The Family, in dem sie die Susanne spielte. Weitere TV-Rollen folgten. International bekannt wurde sie in der tragenden Rolle der Thais Vidal an der Seite von Mario Cardoso in der Serie Die Sklaven Isaurer von 1976, die in 95 Länder verkauft wurde und u.a. auch in China gesendet wurde. Im selben Jahr stand sie als eine von vier Hauptdarstellerinnen im Film Asker Afinas Eocamelo vor der Kamera. Nach 1978 kehrte sie zum Theater zurück, war bei verschiedenen Zeitschriften in Fotostories und im Werbefernsehen vertreten. Ende der 1980er Jahre spielte sie in keinen Filmen oder Serien mehr. Damit ihre letzte Rolle war die der Germaner in der Telenovela, kam im 1987-88stel. Am 2. Januar 1993 erlag Elisa Fernandez im Alter von 42 Jahren einem Krebsleiden. In den 70er und 80er Jahren zählte sie zu den schönsten Frauen im brasilianischen Fernsehen. Filmografie, 1970 M.E.U.P.D. La Ranjallima, 1970 E.M.Familia, 1971 O.Bolau, 1972 Ali Baba E.O.S. Quarenta Ladrös, 1973 O.D.C.A.T. 1975 Q.M.T.E.M. Medolo Bisomem, 1976 Asker Afinas Eocamelo, 1978 O.Namorado, 1978 Maude Obra, TV-Auftritte Zenhora, 1975 Nicoletta, O.Feio Eosonho, 1976 W. A. L. Luano Seu 1976 Maria A. S. Greve Isoura 1976 77 Theis Pais Vidal Maria Maria 1978 Chicken Yadaroda Dona B. J. 1986 Liliana Carmen 1987 88 Germana